Bei are you the one, reality stars in love, suche ich diesmal einen Partner, der genauso tickt wie ich. Leute, bei are you the one freue ich mich natürlich auf coole Leute, Partylaune und geile Challenges. Ich bin sehr gespannt, was die Experten sich für ein perfektes Match für mich ausgedacht haben. Am meisten Bock bei are you the one habe ich auf die Mädels. Diese are you the one Staffel wird anders geiler. Ich hab Bock, ich bin dabei und ich freue mich riesig. Now you're just showing off. Mehr! Mehr! Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Diese Frau liebe ich. Oh mein Gott. Was haben wir denn alles dabei? Ich sehe professionelle Verführer. Der eine oder die andere ist schon prominent getrennt. Andere haben einen Bachelor im Flirten. Aber einen Master in Beziehung hat keiner von euch. Was ist da los? Die Crème de la Crème der Datingshows und alle sind Single. Woran hat's gelegen? Woran? Eine richtige Frau. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt für euch einen perfekten Partner. Entweder ist der vor euch, hinter euch, vielleicht bald auch unter euch. Egal. Euer Ziel ist es nur den perfekten Partner zu finden. Euer perfekten Match. Wer hat die letzte Staffel are you the one reality stars in love gesehen? Ich? Ja super, dann wisst ihr ja wie man's nicht macht. Wenn ihr die 200.000 Euro mit nach Hause nehmen wollt. Und den perfekten Partner natürlich. Dann bitte tut mir einen Gefallen. Lernt euch richtig kennen. Geht aufeinander zu. Bitte legt euch nicht allzu früh fest. Euer Ziel ist erst erreicht, wenn ihr alle Lampen anhabt. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns morgen wieder bei der ersten Challenge. 20 Singles suchen ihr perfekten Match. Und ihr sicherlich neue Videos. Die gibt's hier. Und die ganze Staffel gibt's dort. Herr. 액bruiertes.